Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Ich habe heute ein paar Sachen für mein Auto zugeschickt bekommen, die ich gerne ausprobieren und anbringen möchte. Und ich möchte euch ein paar Sachen zeigen, die in der letzten Zeit dazugekommen sind. Ein paar kleine Gadgets und ich hoffe, ihr habt dabei Spaß. Mein Assistent, Oskar, falls ihr ihn noch nicht kennt. Das hier sind kleine Ersatzleuchtmittel für die Türen. Mal gucken. Ein Gummi, was man da oben wohl am Dach einbringt, damit es leiser wird beim Fahren. Mal schauen. Das ist eigentlich das für mich am interessantesten. Das sind so Gasdruckfedern für den hinteren Kofferraum, sodass wenn man dann drauf drückt, der nicht nur klack macht, sondern ganz aufspringt. Die drei Sachen versuche ich anzubringen und ich zeige euch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel geht es gleich los mit einem Geschenk, was der Oskar zum Führerschein bekommen hat. Kannst du mal gerade den Kofferraum aufmachen, Oskar? Na klar. Wie ihr seht, hat der Oskar zum Führerschein diesen wunderbaren Schlüssel bekommen in Form eines Model 3. Was kann man mit dem machen? Eigentlich kann man damit relativ die gleichen Sachen machen wie mit der App, aber zum Beispiel kann man den Frunk öffnen, ohne dass man das in der App bestätigen muss. Das finde ich ziemlich cool, weil das geht einfach viel schneller. Warte mal, du lass ihn mal auf, dann kann ich nämlich gleich noch was zeigen. Das ist sozusagen jetzt eine kleine Werbeeinblendung, weil diese Sachen schickt mir immer eine Firma, die Boge RV heißt. Und ja, herzlichen Dank dafür. Es ist kein Werbevideo, weil ich kann damit machen, was ich will. Ich benutze manche Sachen, manche benutze ich auch nicht. Manche finde ich sinnvoll, manche nicht. Jedenfalls zeige ich euch gerne, was ich hier bekommen habe. Wenn hier vorne nämlich schon mal auf ist, dann befindet sich unter dieser Verkleidung ja hier so ein Lüftungsschlitz. Und das ist ein Zubehörteil, ein recht günstiges, womit man praktisch verhindern kann, dass, falls hier ein Blatt durchkommt, wie man sieht, ist es gerade, glaube ich, reingefallen. Man hat nämlich hier gerade gesehen, dass tatsächlich hier ein Blatt war. Also es können hier Blätter durchkommen und die wären dann direkt hier drin. Und deswegen gibt es hier dieses Gitter, um noch mal zu verhindern, dass in die Lüftung Blätter reinkommen. Abgesehen davon, dass man hier die ganzen Sachen aufmachen kann, man kann natürlich auch das Auto auf- und zusperren. Aber die neue Version von der Model 3 hat auch Keyless Go. Das heißt, man muss den nicht irgendwie rausholen und entsperren oder so, sondern genau wie beim Handy. Man kann das einfach in der Tasche gesteckt lassen und dann einfach losfahren. Ja, und das finde ich sehr praktisch und da werde ich mir den wahrscheinlich auch ab und zu mal ausleihen. Weil ehrlich gesagt, mit meiner App funktioniert das nicht immer so gut. Ich muss die eigentlich immer, muss ich immer das Handy rausholen und irgendwie entsperren, bis das Auto dann mal endlich aufgeht. Und da ist dieser Schlüssel sicherlich nicht blöd. Allerdings ist er auch nicht ganz günstig, wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf. Wobei ich erinnere mich auch schon früher bei Renault und Volvo Schlüsseln mit Funkbedienungen. Die haben auch alle über 100 Euro gekostet. Also das ist jetzt nicht nur Tesla. So, was wir hier noch Schönes haben, ist hier ein Wireless Charging Pad für iPhones. Wie ihr seht, hat es hier unten zwei Anschlussmöglichkeiten an die USB. Die sind jetzt auch beide drin, wie mir gerade auffällt. Das heißt, dass ich jetzt im Moment kein USB mehr frei habe für den Wächtermodus. Man könnte auch nur eines reinstecken, dann lädt es natürlich entsprechend langsam. Man muss sowieso sagen, das Wireless Charging ist nicht besonders schnell. Aber ich habe mir sagen lassen, dass Wireless Charging ohnehin nicht so schnell ist. Also liegt es vermutlich nicht da dran. Ich packe euch gerne auch da einen Link in die Beschreibung zu diesem Wireless Charging. Aha, so, jetzt habe ich endlich gefunden, wo diese LEDs hinterher hingehören. Da haben wir jetzt hier also ein kleines Set mit diesem Spatel und vier solchen Leuchtmitteln. Ich bin nun handwerklich nicht sonderlich begabt. Ich werde jetzt mal versuchen, die jetzt auszutauschen. Also das war jetzt auf jeden Fall mal ein Fail. Wie ihr gesehen habt, das ging relativ leicht raus. Dann war das Kabel relativ kurz und es war Spannung drauf. Da habe ich ein bisschen dran gezogen, um es zu packen. In dem Moment ist es rausgerutscht und nach innen verschwunden. Und jetzt ist es weg. Ob ich jetzt irgendwie Lust habe, die komplette Verkleidung von dieser Tür abzubauen deswegen? I doubt it. Ob ich überhaupt weiß, wie das geht? Muss ich jetzt Owe anrufen oder ähm? Kleine Ursache, große Wirkung. Einmal LED ausgebaut, Auto kaputt. Na toll. Gut, versuchen wir das hier also auch und wissen ja jetzt Bescheid, dass wir noch vorsichtiger sein müssen. Ich habe eigentlich auch nichts falsch gemacht, scheint mir. Ja, beim zweiten Mal, wie heißt das schön bei Hans Albers? Beim ersten Mal, da tut es noch weh. Und hier hat es gleich geklappt und ist hell. Zwei helle LEDs sind drin. Hat ungefähr eine Stunde länger gedauert, als ich dachte. Schauen wir uns heute Abend nochmal an, wie jetzt die Lichtverhältnisse rechts und links sind. Ob das was bringt. So, was ich leider gerade nicht gefilmt habe, was aber auch sehr einfach war. Wir haben hier gerade noch dieses Gummi angebracht, was etwas Lautstärke nehmen soll von den Fahrtgeräuschen. Ihr seht das hier vielleicht. Das ist ein, praktisch ein großer Gummiring, leicht dehnbar, den man hier einziehen kann an diesen vorderen Bereich. Das hatten wir, glaube ich, in drei Minuten erledigt, oder? Und ob es was bringt oder ob es wieder abfällt und dann dieser Mama auf der Fahrt nach Bayern um die Ohren fliegt, das werden wir dann bald wissen. So, die große Frage ist jetzt noch, trauen wir uns das mit den Gasdruckfedern da hinten? Da seht ihr ja diese Gasdruckfedern im Original. Und dann gibt es eben hier diese Ersatzfedern. Bei der Gelegenheit noch ein kleiner Blick auf diese Kofferraummatte. Die hat mir auch Busch RV oder Buge RV zugeschickt. Vielen Dank dafür. Ja, dafür, dass ich die letzten zwei Tage mit Fieber im Bett lag und heute gerade mal wieder rekonvaleszent bin, ist dieser Tag mit drei Grad Kälte und dieser Operation vielleicht nicht optimal gewesen. Drückt mir mal die Daumen. Ich trinke jetzt gleich mal einen Tee, dass das alles gut ausgeht. Okay, Bob, der Baumeister, was sagst du? Jo, wir schaffen das. In den Tutorials sieht es wieder sehr einfach aus. Wir sind vorgewarnt. Das muss nichts bedeuten, aber wir versuchen es. Ich habe jetzt hier also diese neuen Dinger. Einen kleinen und einen großen Flachschraubenzieher. Hier heben wir diesen Ring an. Wenn er angehoben ist, kann man hier... Also, jetzt wiegt es schwer auf deinem Kopf, ja? Alright. Und dann hier unten. Hier genauso. Wenn der Ring gelöst ist, lässt sich das rausholen. Gut. Und der Einbau ging vorhin durch hohe Gewalt. Also, erstens, es hält. Aha. Und da ist jetzt ein bisschen gegenüber. Hier geht es richtig schwer. Und jetzt kannst du mal mit deinem schönen Schlüssel vielleicht öffnen. Achso. Wow. Amazing. Glauberei. So, da haben wir jetzt noch eine ganze Menge geschafft. Und doch auch das eine oder andere Erfolgserlebnis. Ob das sich hier bewährt, werden wir sehen. Die Lichter haben funktioniert. Die Heckklappe haben wir dann auch hingekriegt. Das Wireless Charging, die Gepäckraummatte und das Lüftungsgitter habe ich euch gezeigt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Gadget-Video mit Feileinlage gefallen. Und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, kommentiert gerne, was euch weiter interessiert. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dizel Dad. Euer Dizel Dad.